The Witch Subversion aus dem Jahre 2018 erschien für den Heimkinomarkt auf DVD, Blu-ray und auch im Blu-ray und DVD-Media-Book von Splendid im Zuge der Amazia-Reihe inklusive dem Bonusfilm Sword Brothers. Ende 2023 erschien die Fortsetzung The Witch The Other One von 2022 auf dem deutschen Heimkinomarkt, ebenfalls auf DVD, Blu-ray und im Blu-ray und DVD-Media-Book von Splendid im Zuge der Amazia-Reihe inklusive dem Bonusfilm Fabricated City. Zeitgleich veröffentlichte das Label Alpha Film exklusiv über den Mediabookshop die beiden koreanischen Science-Fiction-Horror-Thriller in vier verschiedenen Mediabook-Editionen. Jede Cover-Variante ist dabei limitiert auf 250 Exemplare mit Spotluck veredelt und beinhaltet die beiden Filme sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD. Außerdem bekommt man ein 44-seitiges Booklet mit einem Textinhalt von Nando Rona spendiert sowie ein Aufkleber-Set obendrauf. Vor uns liegen haben wir dann Cover-Variante A und Cover-Variante B, die mir freundlicherweise von Alpha Film zur Verfügung gestellt wurden. Dabei handelt es sich um Rezensionsmuster ohne Limitierungsnummer, aber ich denke zur Präsentation reicht das vollkommen aus. In meinem Paket war zum einen diese Karte hier noch mit dabei, so eine kleine Postkarte, dann war noch eine weitere Karte hier mit dabei mit Cover-Motiv B sozusagen. Hier hat man dann auch noch den Hinweis an wen man sich wenden kann, wenn man denn mit seiner Lieferung nicht einverstanden war. Und dann war hier noch so ein kleiner Pin hier mit dabei vom Mediabook-Shop mit dem Logo drauf. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt erstmal Cover-Variante A, machen das Ganze hier auf, benutzen unseren Zahnstocher, um nichts kaputt zu machen. Folie ist Standardmäßig, es gibt ja welche, die haben noch eine dickere Folie, aber das ist schon okay so. So, dann haben wir hier das Mediabook mit einem echt tollen Artwork, schaut richtig cool aus. Wir haben hier vereinzelte Elemente mit Spotlack veredelt, wie wir das vorhin schon gehört haben. Ja, und vom Druck her sieht das richtig cool aus. Also das passt. Auch hier einzelne Elemente, kleinere Elemente und Details sind hier sehr gut zu erkennen. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier den Spine mit dem Titel drauf. Andersrum, als wir das von den meisten Veröffentlichungen her kennen. Und hier geht das Motiv über den Spine zum Backmotiv. Das gucken wir uns gleich im Gesamten an. Dann haben wir ganz unten das Logo von Alpha Film. Da haben wir dann noch Cover-Variante A-1 von 4. Also Cover-Variante A ist halt das erste Cover von insgesamt 4. Ja, könnte man sich sparen, weil ich glaube nicht, dass jeder alle Cover-Varianten sammelt. Und dann steht da A ein Viertel. Ja, wenn man nicht genau heute schaut. Und Asia Line 01, das finde ich okay. Es sollen ja auch noch weitere Filme folgen. Und da dürfen wir schon gespannt sein, welche das sein werden. Und hier oben haben wir eben kein so ein Bildchen, weil eben das Motiv von der Vorderseite auf das Backmotiv geht. Wenn ich das Ganze mal so drehe. Und hier hinten haben wir dann nochmal den Titel drauf. Auch der hier mit unserer Glanzfolie über versehen. Ja, und hier unten gehört nochmal die Limitierungsnummer rein. Wie gesagt, ich habe ein Rezensionsmuster. Deswegen fehlt die. Wenn wir es aufschlagen, haben wir hier so ein Gesamtbild. Das schon richtig cool aussieht. Ja, auch mit dem Schriftzug und alles über den Spine. Also macht definitiv was her. Von der Verarbeitung her muss man sagen, ist es leider die dünnste Variante, die man auf dem Media Book-Markt so kennt. Das ist auch sehr hier verschiebbar. Leider nicht so fest, wie wir uns das wünschen würden. Von der Verarbeitung selbst ist es aber sauber. Wir können das Ganze mit einem Media Book aus der Amesia-Reihe vergleichen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier The Gangster, The Cop and The Devil. Wir sehen auch, dass hier derselbe Künstler am Werk war für die Illustration, das passt und auch von der Verarbeitung her. Also wenn ihr ein Media Book aus dieser Reihe schon habt, dann wisst ihr jetzt hier anhand dieses Vergleiches, was euch hier erwartet. Ich denke, das sieht man eigentlich ganz gut hier. Dann gucken wir uns die inneren Werte einmal an. Ah, da schau an. Hier ist das Aufkleber-Set. Ja, nicht schlecht. Also das liegt im Media Book noch mit dabei. Dann haben wir hier eben das 4-Disc-Set. Vorne haben wir zwei Discs drin. The Witch, the other one. Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig sein. Ich bin kein Freund von diesen Trays mit den Nasen hier. Aber ich glaube, der andere Hersteller, der ist da irgendwie nur schwer zu bekommen, der hier ohne diese Nasen auskommt bei den Doppeltrays. Wenn man vorsichtig ist, geht es ja im Allgemeinen, aber wir hatten ja schon des Öfteren den Fall, dass die Dinger schon von Haus aus abgebrochen sind. Und hier vom Motiv her auch ganz cool gemacht, finde ich. Ja, das scheint so durch. Es geht auch hier komplett durch. Also voll cool. Ja, und dann haben wir darunter eben einen Innenprint unter den Trays. Ja, der ist eher mau, muss man schon so sagen. Bei den beiden Filmen, denke ich mal, wären da schon einige Motive möglich gewesen. Verarbeitung hier reingeklebt. Ich habe in meinem Fall aber keine großen Klebereste. Der gegenüberliegenden Seite ist es leider schon hier diese Risskante, wie bei manchen anderen Media-Box eben schon zu erkennen. Da merkt man halt, es ist halt leider kein hochwertiges Media-Book. Okay, dann gucken wir mal hier weiter, was uns beim Booklet selbst eben erwartet. Vorhin habe ich erwähnt, 44 Seiten mit einem Textinhalt von Nando Rona. Den habe ich mir, wie ihr sehen könnt, jetzt natürlich noch nicht durchlesen können. Wir gucken mal aber anhand der Überschrift, um was es hier geht. Ein Blick auf The Witch, The Other One. Das ist dementsprechend jetzt hier der zweite Teil. Und vom Text her sieht das eigentlich recht ordentlich aus. Nando Rona ist ja auch bekannt und hat schon viele Booklets geschrieben, die jetzt hier nicht eins zu eins von Wikipedia oder sonstiges kopiert sind, sondern auch gut recherchiert mit ausführenden Informationen und Hintergrundinformationen. Wenn ich das jetzt mal hier so überfliege, dann dürfte das auch bei diesem Booklet der Fall sein. Eine Fortsetzung, keine Fortsetzung, die Antithese. Ich lese hier auch einiges über den Vorgänger. Dann geht es hier höchstwahrscheinlich um die Darstellerin, im zweiten Teil die Newcomerin. Also textlich ist hier schon einiges geboten. Natürlich designtechnisch jetzt relativ schlicht gehalten. Hier bekommen wir noch einen Ausblick. Wird es noch einen dritten Part geben? Und dann haben wir hier ein paar Filmplakate abgebildet, die wir von einigen Promosachen schon her kennen. Ja, das ist dann schon sehr viel hier von den Bildern her für meinen Geschmack. Das ist fast schon zur Hälfte ein Fotobuch. Nachdem der Beginn des Booklets sehr textlastig war, haben wir jetzt hier ausschließlich nur noch Bilder. Ja, da könnte man auch überlegen, ob man da nicht hätte vorher schon ein paar Bilder mit einbinden können. Damit das Ganze nicht arg so schlicht aussieht, ist halt Geschmackssache. Aber da kommt dann nicht mehr viel an Text, wie es ausschaut. Hier haben wir noch mal ein paar Cover-Varianten. Ja, also für meinen Geschmack ist das schon zu viele Bilder. Das artet dann auch in einem reinen Fotobuch aus. Bei 44 Seiten hast du mehr als die Hälfte. Hier Bilder drin. Wenn man bedenkt, dass beide Filme im Einzel-Media-Book erschienen sind, ich glaube mit 20 Seiten Booklet. Ich kenne jetzt da nicht die Booklets selbst zu den Teilen 1 und hier vom zweiten Teil im Zuge der Amazia-Reihe. Aber wenn man das noch mal durchgeht, zwei Seiten, vier Seiten, sechs Seiten, acht Seiten, zehn Seiten, und wie sah es ganz vorne aus? Zwölf Seiten von 44 sind Text. Der Rest Bilder bei zwei Filmen ist es schon etwas wenig. Dann haben wir noch was zu den Filmen selbst hier ganz zum Schluss dran stehen. die Inhaltsangaben und hier zu guter Letzt haben wir eben die beiden DVDs zu den beiden Filmen. Die könnte man sich eigentlich sparen und dann entweder einfache Trace verbauen, das Ganze vielleicht ein bisschen günstiger dann noch machen oder eben die beiden Bonusfilme mit dazu packen, die es aus der Amazia-Reihe hier bei den Einzelveröffentlichungen gab. Aber ich weiß nicht, wie das da rechtlich und preislich aussieht. Vielleicht möchte man da auch seitens Blended ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das kann natürlich auch sein, damit die ihre Media Box ebenfalls verkaufen. Und hier haben wir auf der Rückseite eben noch mal exakt dasselbe. und da finde ich es dann schade, wenn man hier schon über 30 Seiten solche Bilder hat, dass man nicht diese eben nutzt für einen schönen Innenprint hier drin. Motive gab es ja viele und dann hier zweimal dasselbe spiegelt. Das nur mal so als Vorschlag. Dann haben wir hier noch Cover-Variante B und auch diese machen wir selbstverständlich mal auf. Um uns das Ganze anzugucken, wie das unfoliert aussieht. Die Illustration auf der Vorder- und Rückseite zickt ein bisschen rum die Folie, aber schon gut so. Soll ja auch schützen. Lieber so, als wenn sie von alleine einreißt. Das passt schon. Dann haben wir eben jetzt hier die zweite Cover-Variante, da ist der Titel vorne mit drauf und wir sehen auch hier eben diese Veredelung, wie sich das schön abhebt. Spine. Der ist hier dann aber komplett leer, weil wir kein Motiv haben, was über den Spine geht. das ist glaube ich das einzigste Motiv, was hier nicht von der Vorderseite auf die Rückseite übergeht. Dann schaut es halt etwas leer aus. Und hier nochmal denselben Aufbau. Und hier seht ihr, das Cover-Variante B zwei von vier unten dran stehen. Und dann haben wir hier die Rückseite. und dann ist der Charakter hier komplett veredelt worden, während wir auf der Vorderseite nur den Schriftzug haben. Aha, okay. In Ordnung, das klappen wir auch einmal. Ah, hier kommen auch die Aufkleber raus. So schaut das dann im Gesamten aus und das deckt sich dann auch mit dieser Postkarte hier. In Ordnung. Hier tun wir mal die Aufkleber auch zur Seite und dann dürfte es vom Innenaufbau ja, identisch sein. also das unterscheidet sich nicht, sondern ist komplett gleich wie die andere Cover-Variante. In Ordnung. Also meine lieben Filmfreunde, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal einen guten Einblick gewähren, was euch denn bei dieser Veröffentlichung alles erwartet. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese beiden Rezensionsmuster und bei euch eben fürs Zugucken. Das war es von meiner Seite aus. Auf bald und Servus.